Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Finanzkorps-Podcast-Folge. Der Podcast, der sich rund um die Verbeamtung, Polizei und Finanzthemen beschäftigt. Und die letzten Wochen waren sehr, sehr spannend, denn es wurde mal wieder eingestellt bei der Polizei. Im September, Oktober, da ist immer sehr viel los. Und es gab einige negative Storys an der Stelle, wo ich mal wieder gemerkt habe, okay, es macht einen riesen Unterschied, ob man so oder so einen Versicherungsvermittler hat. Und da gibt es so ein paar Punkte, wie man sich da im Vorfeld schon einiges an Ärger sparen kann. Deswegen möchte ich mal in dieser Podcast-Folge über fünf Punkte sprechen, die einen guten Versicherungsvermittler kennzeichnen, damit du bei dem ganzen Thema Versicherung nicht in böse Fallen reinläufst. Und von diesen fünf Punkten sind die ersten drei Punkte, die man bereits im Vorfeld vor einem Gespräch sehr einfach herausfinden kann. Und die anderen beiden sind dann, wenn man ein Beratungsgespräch hat, dass man hier auch wirklich auf Nummer sicher geht und auch ein gutes Bauchgefühl hat und gute Entscheidungen trifft. Weil das eine ist natürlich die Versicherungen, die man abschließt, wie qualitativ die sind. Aber man selber ist ja in der Regel kein Profi im Versicherungsbereich, muss also auf den Vermittler vertrauen können. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass der Versicherungsvermittler da auch passend für einen ist. Und deswegen diese fünf Punkte in diesem Video. Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache. Wir sichern Polizisten. Der erste Punkt an der Stelle, eigentlich was relativ Offensichtliches, ist das Thema Bewertung. Wenn ich zum Beispiel was auf Amazon bestelle, dann schaue ich immer erstmal auf die Bewertung rein. Und klar, bei Amazon sind auch mal, sage ich mal, Bewertungen gefälscht. Aber letzten Endes, wenn es einige Bewertungen gibt, ist schon davon auszugehen, dass das Produkt gut ist. Und deswegen der erste Punkt, wie du einen guten Versicherungsvermittler erkennst, ist das Thema Bewertungen oder auch das Thema Empfehlungen. Und an der Stelle gab es ein krasses Vorkommnis. Ich hatte einen Polizeianwärter, genauer gesagt von der Bundespolizei, versichert. Wir hatten alles richtig gut gemacht, alle Versicherungen. Er war top zufrieden, also wirklich sehr, sehr happy. Und dann war er vor Ort und eine Vertreterin der Signale Iduna, die ja bekanntlich bei der Bundespolizei recht stark unterwegs sind, die hat ihn gleich in sein Fahrzeug gepackt, ist ins Büro gefahren und hat ihm erklärt, dass alles, was er hat, total schlecht ist und alles dann bei der Signale Iduna gemacht. Aufhänger des Ganzen war, er könnte sich ja Geld sparen bei allen Versicherungen, was letzten Endes dann doch nicht so war. Er war unterm Strich teurer und sie hat ihm sogar einen Tarif verkauft, der für Bundespolizisten überhaupt nicht nötig ist. Also wirklich, ich dachte mir so, wie kann das sein, dass so eine Frau Polizisten berät, obwohl es ja offensichtlich der falsche Tarif war. Gott sei Dank hat er sich bei mir gemeldet. Wir konnten das Ganze wieder glattstellen. Und im Nachgang ist mir aufgefallen, als ich die gute Dame mal recherchiert habe, dass sie nur eine einzige Bewertung im Internet hat. Und diese einzige Bewertung ist zugleich auch noch richtig, richtig schlecht gewesen. Also ich habe sie mir mal aufgemacht, das war ziemlich krass. Da hat nämlich einer geschrieben, eine Bewertung mit einem Stern. Sobald ich unterschrieben hatte, konnte ich sie entweder nicht erreichen oder bekam falsche Auskünfte, Punkt, Punkt, Punkt. Er hat noch einiges mehr dazu geschrieben, aber ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Die Moral von der Geschichte hätte man vorher ausreichend Zeit gehabt, mal zu recherchieren, ob die Vermittlerin eigentlich einen guten Ruf hat. Dann wäre man ganz schnell darauf aufmerksam geworden, okay, bei dieser Frau, die hat keinen guten Ruf, die hat nur schlechte Bewertungen. Deswegen ist das eine wichtige Sache. Und wenn es keine Bewertungen gibt, ist auf jeden Fall auch immer die Meinung der Kollegen wichtig. Die Weiterempfehlung, was sagen eigentlich die Kollegen, haben die vielleicht schon Erfahrung. Das würde an der Stelle auf jeden Fall auch helfen. Der zweite wichtige Punkt ist die Kompetenz des Vermittlers. Und da gibt es mehrere Punkte, auf die du achten solltest. Der erste Punkt ist zum Beispiel die Erfahrung mit Polizisten. Denn oftmals werden Polizisten, wenn sie nicht gerade vor Ort von den Gewerkschaften abgefrühstückt werden, von irgendwelchen, ich sag mal, Freunden der Familie beraten. Zum Beispiel der Vater hatte schon damals als Beispiel jetzt irgendwas, Allianzvertreter oder was weiß ich was. Und ja, der macht das schon seit Jahren für die Familie. Und der Sohnemann, der geht ja jetzt zur Polizei, dann kann er ihn auch beraten. Es mag sein, dass dieser, ich sag mal, Freund der Familie sehr viel Ahnung hat, generell im Versicherungsbereich. Aber ob er wirklich so viel Ahnung bei Polizisten hat, das ist fraglich. Weil wenn von drei oder vierhundert Kunden vielleicht zwei bis drei Polizisten sind, dann hat er in der Regel nicht so viel Ahnung von Polizisten. Und da gibt es auch einiges, worauf man achten muss. Auch Beamtenberater, die es ja heutzutage auch einige gibt, haben nicht immer Ahnung von Polizisten. Weil, man muss dazu sagen, Polizisten, klar sind Beamte, Beamte sind eh schon eine besondere Zielgruppe, weil es zum Beispiel um das Thema Beihilfe geht, was andere Berufsgruppen nicht haben. Wenn wir uns aber Polizisten nochmal genauer angucken, da gibt es ja nicht nur die Beihilfe, da gibt es auch noch die freie Heilversorge, die wiederum eigentlich nur bei den Polizisten eine Rolle spielt und manche Feuerwehrleute. Aber davon haben auch manche Beamtenberater recht wenig Ahnung. Das heißt, du solltest wirklich darauf achten, hat der Berater oder der Vermittler, wo ich beabsichtige, ein Gespräch zu führen, auch wirklich Ahnung von Polizisten. Weil Polizisten ist ein ganz spezielles Thema. Da kommt es sogar ganz darauf an, bei welchem Dienst her, sprich, wer ist meine Polizei, bei der ich tätig bin. Da gibt es sehr, sehr viele Besonderheiten, auf die man achten sollte. Und ein anderes Thema ist, hat derjenige auch die Qualifikationen, die man haben müsste? Weil nicht jeder Vermittler hat auch die Qualifikationen. Da gibt es zum Beispiel den Paragraf 34d der Gewerbeordnung. Das ist quasi der Versicherungsfachmann oder die Versicherungsfachfrau. Das kann man übrigens öffentlich recherchieren. Es gibt nämlich von der IHK, der Industrie- und Handelskammer, ein sogenanntes Vermittlerregister. Du kannst einfach in Google eingeben, Vermittlerregister IHK. Und über dieses Vermittlerregister musst du nur den Namen des Versicherungsvermittlers eingeben und kriegst schon viele spannende Informationen, worauf wir später auch noch genauer eingehen werden. Auf jeden Fall ist es wichtig, klar, hat der Qualifikationen, hat der neben dem Versicherungsfachmann, der ja recht allgemein gehalten ist, hat er auch Qualifikationen im Beamtenbereich. Denn es gibt auch viele Fortbildungsmöglichkeiten, wie man sich als Beamtenberater fortbilden kann oder auch für die Polizei. Und da sollte er natürlich aktiv sein. Das wiederum ist jetzt nicht öffentlich recherchierbar. Deswegen das mal dahingestellt. Aber das andere, was öffentlich recherchierbar ist, sind auch irgendwelche Fachbeiträge in Fachmedien. Wenn man zum Beispiel mal den Namen eingibt, ja, findet man denn was über die Person? Und zwar nicht nur von der Gesellschaft, für die sie tätig ist, sondern gibt es auch unabhängige Medien, die über diesen Vermittler schon berichtet haben oder wo er mal einen Fachbeitrag gemacht hat, wo er mal interviewt wurde. Weil wenn das der Fall ist, dann spricht das natürlich dafür, dass er einen guten Ruf hat, dass er fachlich kompetent ist, sonst würde er keine Interviews geben können in irgendwelchen Fachmedien. Und das, sage ich mal, ist auch immer ein guter Punkt, den man im Vorfeld recherchieren kann. Dann ist derjenige in Fachmedien vertreten oder hat er Fachbeiträge geschrieben. Und der dritte Punkt, den man vorab schon unabhängig prüfen kann. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt dieses Vermittlerregister von der Industrie- und Handelskammer. Einfach Vermittlerregister IHK eingeben in Google. Und dort kannst du einfach den Namen des Versicherungsvermittlers eingeben. Und vereinfacht gesagt gibt es bei Versicherungsvermittlern kleine Unterschiede. Ich möchte vor allem auf zwei eingehen, nämlich den sogenannten Versicherungsvertreter und den sogenannten Versicherungsmakler. Denn Versicherungsvertreter, das ist das Hauptding, womit du es bei der Polizei zu tun hast. Denn wenn du bei der Polizei anfängst, dann gibt es die Gewerkschaften und die haben ja immer ihre Kooperationspartner. Und die Kooperationspartner sind ausschließlich Versicherungsvertreter. Das bedeutet ein Versicherungsvertreter, dass er die Interessen seiner Versicherung vertritt. Das kannst du im Endeffekt merken, der Vertritt hat gesagt nicht deine Interessen, sondern die Interessen der Versicherung. Es ist ein Versicherungsvertreter, er ist für eine bestimmte Versicherungsgesellschaft tätig. Oder, das kann es auch geben, das ist so ein Zwischending aus Makler und Vertreter, einen sogenannten Mehrfachvertreter. Das wäre so ein Zwischending, aber im Vermittlerregister wird halt nur unterschieden, ob es ein Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler ist. Denn ein Versicherungsvertreter, musst du wissen, wie gesagt, ist für eine bestimmte Versicherung tätig oder vielleicht für mehrere. Aber im Schadensfall steht er halt hinter der Versicherung und nicht hinter deinen Interessen. Und er hat natürlich auch nur eine beschränkte Auswahl an Versicherungen. Wenn ich einen Versicherungsvertreter zum Beispiel von der Signal Iduna habe, dann wird er natürlich nur die Signal Iduna empfehlen. Und wird natürlich alles andere schlecht finden, weil er kann nur Signal Iduna anbieten. Wenn ich wiederum einen Versicherungsmakler habe, auch das ist im Vermittlerregister recherchierbar. Einfach den Namen eingeben, dann kannst du das nachlesen im Versicherungsbereich, ob er Versicherungsmakler ist oder Versicherungsvertreter. Wenn er Versicherungsmakler ist, dann kann er dir nicht nur eine Versicherung anbieten, sondern ganz, ganz viele. Und er muss dir nicht die eine auf Biegen und Brechen verkaufen, sondern er kann dich über die Vor- und Nachteile aufklären. Und wenn du dich für eine andere Versicherung entscheidest, dann ist das kein Problem für ihn, weil er hat viele im Petto, sprich er ist unabhängiger. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man bei seinem Versicherungsvermittler beachten sollte. Wie unabhängig ist mein Versicherungsvermittler? Will er mir einfach nur eine bestimmte Versicherung aufreden oder hat er mehrere im Petto und kann mich auch möglichst unabhängig beraten? Und deswegen an der Stelle einfach mal ins Vermittlerregister gehen und gucken, ist er Versicherungsvertreter oder ist er ein Versicherungsmakler? Das sind die drei Punkte, die du auf jeden Fall mal im Vorfeld schon mal abklären kannst und die dir schon, sag ich mal, viel Kopfzerbrechen sparen können. Die anderen zwei Punkte, die man dann erst im Gespräch erfährt, sind die Punkte, wie ist der Versicherungsvermittler im Beratungsgespräch drauf? Ist der Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler, ist er geduldig, ist er empathisch, stellt er auch viele Fragen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du musst wissen, gerade zu Beginn deiner Polizeikarriere stellen sich ja Gewerkschaften und Co. vor und da müssen sehr, sehr viele Leute versichert werden. Und da will man natürlich trotz dessen, dass viel zu tun ist, natürlich eine individuelle Beratung haben und auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und das Ganze vielleicht auch nicht in Form eines Vortrages, wo viele andere dabei sind, sondern ein individuelles Beratungsgespräch, wo man auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Und deswegen wäre es natürlich eine super Sache, wenn ein Versicherungsvermittler geduldig ist, dir zuhört und auch dir Fragen stellt, um deine Situation zu verstehen. Das ist immer ein gutes Indiz, wenn der Versicherungsvermittler Fragen stellt, wenn er auch zuhören kann. Auch das ist so ein Ding, man muss natürlich gut reden können als Versicherungsvermittler, aber zuhören, das ist noch wichtiger. Und du musst einfach darauf achten, hat der Versicherungsvermittler ein offenes Ohr für mich? Versteht der, in welcher Situation ich mich befinde? Versteht der, was mir persönlich wichtig ist? Und da muss man einfach darauf achten, geht auch so ein Stück weit in den fünften Punkt über, auf das Thema Bauchgefühl. Ist derjenige wirklich für mich da? Hört er mir zu? Oder macht der gerade eigentlich nur sein Schema F? Macht irgendeine Massenabfertigung? Will hier kurz sein Zeug in zehn Minuten durchziehen? Und will einfach nur, dass ich meine Unterschrift drunter setze? Da musst du natürlich auf dein Bauchgefühl drauf achten und du solltest vor allem auch drauf achten, dass der ganze Prozess authentisch ist. Habe ich das Gefühl, dass mir die Person hier gerade versucht, irgendwas aufzuschwatzen, wo sie eigentlich selber gar nicht dahinter steht? Oder ist das Ganze authentisch? Vielleicht war ja die Person selber Polizist, kann authentisch sagen, hey, ich an deiner Stelle hätte das so und so gemacht oder ich habe das damals so gemacht, würde es heutzutage nicht mehr so machen. Da, schwierig zu sagen, auf was man da genau achten muss, da ist im Endeffekt das Bauchgefühl immer das Beste. Hast du das Gefühl, dass das, was er erzählt, auch wirklich das Richtige ist und dass er es selber machen würde? Auch immer eine interessante Frage. Kannst du auch mal deinen Versicherungsvermittler fragen? So, hey, würde er das selber machen an der Stelle? So sollte er natürlich ja sagen, wenn nicht, hast du ein kleines Problem. Okay, und das sind vereinfacht gesagt die fünf Punkte, woran du einen guten Versicherungsvermittler erkennen kannst. Nimm sie dir zu Herzen, prüf im Vorfeld vor einem Beratungsgespräch, ist derjenige in der Lage, mich zu beraten und hör auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl bei der Beratung und kann bei dem ganzen Thema auch nichts schief gehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Dein Finanzkorb, Kai Wuczynski.